da ist eine höhle da gibt es rein cool dann gehen wir da mal rein jetzt zu den höhen gehen wir erstmal zu den hallen und dafür sind wir ja hier fertig oder ja dann können wir aufstehen so und in die hallen rein aber ich will doch gar nicht sterben du schon also du stirbst egal ob du willst oder nicht so hier haben wir zwei fackeln drin da geht es runter da geht es sehr stark sehr schnell runter und hier geht es auch sehr schnell runter das ist ein arm halt können wir von hier aus den angreifen ja machen wir und dort nur einmal daneben geschossen so da haben wir unseren pfeil wieder hier meine truhe mit zwei tränken da geht es nach oben und hier haben wir ein fass mit einem braunen krug den wir da lassen super und bewegen zu viel das gibt es auch nicht immer wieder zu viel irgendwas war schon wieder kaputt na gut was legen wir denn dann ab mal sehen wir können die hier ablegen wir können hier zwei ablegen dann können wir uns wieder bewegen super ach so die pfeil haben wir nicht bekommen schade 748 stahlpfeil haben wir nur noch leute kriegs access dynamo ist cool kein allgemeiner seelenstand ohne seele und 649 gold wir müssen was hier lassen ein bisschen viel müssen jetzt hier lassen ok hier geht nichts mehr hier lassen wir auch mal alles da nichts da das passt auch ok dann den ich doch nur zwei kilo und ist so viel wert ok haben wir hier irgendwas was wenig wert ist silber claymore das sieht doch gut aus bist du gemein nein lass mir da geht doch so oder feuerzauber war stark da ist der fall was hat mir hier drin sehr schön da und einen haben wir ganz daneben geschossen chameleon ein zauberbuch der hat ein zauberbuch dabei leute do you want to add chameleon to the spell list yes chameleon schule die illusion fertigkeit geselle reichweite selbstwirkung chameleon 25 prozent für 30 sekunden an selbst geil so dann heilen muss aber kurz und dann reparieren wir denn wir sind schon wieder überlastet so dass kann weg gewandte schutzes und der verteidigung interessant können weg und dann kommt der weg sehr gut lang schwert der schwäche schon wieder sind wir überlastet dass wir davon einen da irgendwo hier müsste noch ein pfeil von uns liegen außer ist schon weg da gibt es auch in die höhlen sehr toll dann machen wir gleich weiter ja sind doch hier fertig oder ja sind wir rein da wenn ihr es auf ärger anlegt könnt ihr gerne ärger haben ist die bescheuert ich glaube ja schade aber respekt sie hat uns gesehen gut wir verstanden direkt vom lagerfeuer aber egal andere hätten uns nicht gesehen so was lassen wir denn da den glas schreitkolben lassen wir da oh ein ledraschelt cool stirb so die nehmen wir wieder mit die tränke auch die zauber auch die schrift holen so da ist noch ein pfeil starb der pannung brust ansteckt kraft oh nein zauberbuch eisschild geil do you want to do you want to add eisschild to your spell list yes eisschild schule der veränderung fertigkeit geselle reichweite selbst wirkung frost schild 20 prozent für 30 sekunden an selbst geil naja wir sind wieder belastet wir könnten das dädra schild da lassen aber das ist sehr viel wert lassen wir die einen e-mall streit okay lassen wir noch einen da jetzt geht es schade es hätte ihn getötet wenn ich getroffen hätte gut so so da haben wir eine tolle hier meine tolle mit zwei fackeln wir haben so viele fackeln leute die werden wir im leben nicht mehr loskriegen glaube ich und ich glaube dass hier fällt es mal dass hier eine wand ist dass wir hier wahrscheinlich wieder rauskommen das ist doch ein fall bist also die hat echt pech was ist los werdet ihr müde aber auch ein bisschen glück denn ich habe mehrmals daneben geschossen sie hat länger gelebt als es hätte sein müssen ach ich habe ein debuff darauf okay dann töten wir jetzt einfach die da hinten lol die ist sogar wieder reingelaufen geht immer noch nicht okay mal sehen hier oben haben wir alles jetzt geht es da liegt ein pfeil da liegt ein pfeil ich glaube das könnten sogar schon alle pfeile sein so okay sehr schön haben wir alles bekommen wir sind schon wieder fast überlastet aber nur fast für den moment zumindest wo seid ihr jetzt sie vom kaiser volk müssen sterben stirb kaiser volk müssen sterben stirb und weg und überlastet da fällt mir ein er hat doch zugeschlagen oder ja wir können reparieren dann kommt er zwar gleich wieder weg aber egal machen wir jetzt den ebenholstreitkolben weg so ich glaube wir haben ein paar waffen sogar zurück gelassen die wir hätten reparieren können schade oh da können wir aufschließen das war's das war's hat mir doch nicht diese mauer wo man hier war's glaube ich das war sogar gekennzeichnet dass da eine felsmauer ist okay wir sind durch schade naja gehen wir hier tag so 12 uhr mittag dann warten wir mal 8 stunden dann ist es 8 uhr abends dann können wir auch wieder reisen das ist ja eigentlich sonst noch was da ist noch eine einleidende ruine da vorne ah die finden wir dann vom weg aus und in der siedlung da auch vom weg okay dann reisen wir jetzt erstmal jetzt müssen wir unser vampirismus dann wieder verlieren senken damit wir handeln können so mal sehen da kann jetzt ein bisschen was weg aber nicht viel so dann gehen wir jetzt erstmal hierher oder erst ach gehen wir erstmal hierher blutsaugen bei der glücklosen lucina ja und dann brauchen wir wieder quarras aura oh hat sich da hat sich irgendwas verbessert was ist das wie die herstellung wie die herstellung hat sich verbessert ne hat sich nicht was dann akubat nein athletik hat sich verbessert glaube ich ich habe keine ahnung leute so noch ein letztes mal reparieren ok passt dann blitzlaufstiefel haben wir die schon hier drin ja brustharnisch der kraft brustharnisch der kraft haben wir noch nicht dädra schild haben müssten wir haben gewandt der verteidigung und des schutzes haben wir beide die mann drängen sollten wir auch haben und das war es auch schon hier so hier dädraischer streitkörper haben wir kriegsachs des dinamos die namen haben wir noch nicht kurz nein das ist unser langschwert der schwäche langschwert der schwäche haben wir noch nicht haben wir noch starb der bannung und der schwäche starb der bannung haben wir starb der schwäche nicht toll so dann nirnwurz haben wir nicht zauberbücher haben wir da unten für da unten chameleon und eisschild dann gehen wir jetzt schnell schlafen und zwar sechs stunden und schon sind die haben wir wieder einen erhöhten vampirismus so ein eisenpfeiler und starb wir haben dann 925 uns fehlen also 75 75 eisenpfeile brauchen wir sehr schön wenn nichts hier haben wir 40 starke tränke der hexerei wow und nur sechs starke tränke der lebensändigen wiederherstellung so dann haben wir ein paar seelensteine bekommen ich glaube auch welche mit seele ja gut so und das war's der rest wird verkauft so dann